Du bist so gut im Kindertrieger, du bist so gut im Tütenschöpfen, du bist so gut im Hinterbanken, du kannst auf hohen Schuhen gehen. Wie hast du das geschafft? Hast du keine Angst? Wie hast du das geschafft? Mann, hast du viel Kraft. Wie hast du das geschafft? Wer hat dir das beigebracht? Dann sagt der Typ als Kompliment. Für eine Frau, für eine Frau, für eine Frau gut. Für eine Frau, für eine Frau gut. Für eine Frau, für eine Frau gut. Für ne Frau Ich bin so gut im Kinderkriegen Ich bin so gut im Tüterschleppern Ich bin so gut im Hinterkriegen Ich kann auf hohen Schuhen gehen Und dann sage ich zu mir als Kompliment Für ne Frau, für ne Frau, für ne Frau gut Für ne Frau, für ne Frau, für ne Frau gut Für ne Frau, für ne Frau, für ne Frau gut Für ne Frau, für ne Frau, für ne Frau gut Für ne Frau Für ne Frau Für ne Frau Für ne Frau Mer ist reingefahren Vielen Dank.